Nö. Aua. Ja den kannst du ja. Da ist doch ein Ding vor. Geht doch. Nö. Alter wer ist denn da so vorgeballert? Heute eine ganz wilde Runde mit den Altherren und meiner Freundin. Grüße. Im Nebel des Grauens. So Sascha du bist auf der Kamera Junge. Mach ein paar krasse Moves. Du kannst dich mal wiederholen. Nein alles gut. Komm mal. So. 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 abfahrt hinter meinem pfarrer wenn die kamera an ist, dann ist er nicht zu bremsen. dann geht er hier richtig ab. der alte heizer Untertitelung des ZDF, 2020 Sollte Oh, mein Gott. in der mötke hier hallo wo geht es weiter hast du da hoch vorsicht chance alter ich nehme die brücke hier mit vorsicht das holz ding ist richtig glatt nicht von der seite befahren muss noch mal drehen ich war hinter dir her chance hier im salben hill modus schön im drift da rein sauber junge ja 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 das ist fach das ist für wohl du das ist ja was den macht er nicht oder was soll ich jetzt eine chance ins kreuz springen oder was noch mal anlauf nehmen drüber da raus einfach da passiert auch nichts tolles weiter weiter geradeaus ja herrlich unser fahrrad ja 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 Ja, das ist halt so, ne? Ah, das ist ja so! Oh, is this so hot, Nicker? Junge! Junge! Hoppen! Aua, was war das hier? Oh! Aua! Warte, geht's! Warte, warte! Oh Alter, Üfchen, du Drifter, Junge Oh Polizors Z-T Z-G Z-T Diamity ich muss euch alle noch mal im train drauf haben so zum krönenden abschluss wird jetzt noch mal richtig einer weggejumpt sogar mit lenker eindrehen oder was das ist der krasse abschluss gewesen von der altherren runde reingehauen